In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen ein Tool, das Sie bei der Arbeit mit den Werkzeugen in der Winmax Steuerung unterstützen soll. Und zwar handelt es sich hierbei um die erweiterten Werkzeugeinstellungen. Durch das Nutzen dieser Parameter soll Ihnen die Arbeit mit den Werkzeugen hinsichtlich Vorschüben und Drehzahlen, aber auch bezüglich zum Beispiel Herstellerinformationen erleichtert werden. Damit wir nun sehen, wie sich die einzelnen Parameter der nützlichen Werkzeugeinstellungen auswirken, habe ich bereits ein kleines Beispielprogramm programmiert. Dieses sieht in der grafischen Simulation wie folgt aus. Zunächst wird unser Bauteil plangefräst und anschließend eine Tasche mit einer integrierten Insel bearbeitet. Anschließend folgen noch einigen Bohr- sowie Fas-Operationen. Wie Sie sehen können, hat jedes Werkzeug bereits eine definierte Länge und eventuell auch definierte Spitze. Wie Sie diese benutzerdefiniert anpassen können, zeige ich Ihnen nun anhand einiger Beispiele. Wir möchten nun einige dieser Grafikeinstellungen verändern und schauen, wie sich dies in der grafischen Simulation auswirkt. Hierfür wechseln wir über den Softkey F2 zunächst in die Werkzeugübersicht. In unserem Beispiel nutzen wir das Werkzeug 3500 und wechseln über den Softkey F2 in das Werkzeug einrichten. In dieser Maske tragen Sie normalerweise Werte wie den Durchmesser, die Länge oder auch die Schnittwerte ein, können aber auch über den Softkey F7 weiter in die erweiterten Werkzeugeinstellungen über den Softkey F1 wechseln. Jedes Werkzeug ist bereits mit bestimmten Grundeinstellungen hinterlegt, die Sie aber natürlich verändern können. In unserem Fall ändern wir unsere Schneidenlänge auf 50mm und die Werkzeuglänge auf 100mm. Anschließend können wir zum Beispiel auch noch die Farbe verändern. Wenn sie fortlaufend eingestellt ist, wird immer jede Bearbeitung mit einer anderen Farbe am Werkstück angezeigt. Wenn Sie diese auf Blau oder zum Beispiel auf Gelb verändern, wird der Planfräser immer eine gelbe Oberfläche am Bauteil erzeugen. Wir empfehlen Ihnen hier die Einstellung fortlaufend. Wenn wir nun nach diesen verschiedenen Änderungen die grafische Simulation erneut ablaufen lassen, sehen wir sofort das veränderte Werkzeug mit einer deutlich kürzeren Gesamtlänge. Als weiteres Beispiel können wir nun die Gesamtwerkzeuglänge nochmals verkürzen auf zum Beispiel 50mm und sehen, wenn wir anschließend unsere Grafik einmal komplett zurücksetzen, beim nächsten Simulieren eine deutlich kürzere Werkzeuglänge. Es macht Sinn, die Werkzeuge nach den realen Situationen anzupassen. Wenn wir nun über die Werkzeugübersicht in ein anderes Werkzeug, beispielsweise das Werkzeug 1068, wechseln, sehen Sie in den erweiterten Werkzeugeinstellungen, dass dort für jeden Werkzeugtyp ein jeweiliges Piktogramm hinterlegt ist. Eventuell können auch die einzelnen Einstellungen wie Schaftdurchmesser oder Spitzenwinkel variieren. Beim Bohrer können wir nun den Spitzenwinkel entsprechend unseres Werkzeuge eintragen, egal ob dieser 140 Grad oder 118 Grad beträgt. Dieses hat allerdings nur für die grafische Simulation der Werkzeugspitze Einfluss. Zusätzlich zu den Einstellungen der Geometrie gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten je Werkzeug. Hierfür können Sie im oberen Bereich die verschiedenen Registerkarten auswählen. Die Registerkarte Vorschub und Drehzahl kennen Sie bereits aus unserem Werkzeug- und Materialdatenbank-Tutorial. Hier können Sie für unterschiedliche Materialien, die das Werkzeug bearbeiten soll, unterschiedliche Schnittwerte hinterlegen. In der Registerkarte Hersteller und Artikelnummer können Sie die Information des Herstellers und der Artikelnummer im Werkzeug hinterlegen, sowie in der Registerkarte Hinweis weitere Informationen hinzufügen. Dies dient dazu, dass zum Beispiel beim Abbruch des Werkzeugs dieses direkt ersetzt werden kann. In einem solchen Fall kann dann an der Maschine einfach über die Werkzeugübersicht das entsprechende Werkzeug angewählt werden und im unteren Bereich finden wir unsere Informationen wie Hersteller, Bestellung und die Hinweise. Hier können diese auch direkt eingetragen werden, ohne in die erweiterten Werkzeugeinstellungen navigieren zu müssen. In unserem Fall hinterlegen wir nun einen Hinweis für das Werkzeug 1068. Wenn im Dialogprogramm dann ein neuer Datensatz programmiert wird, kann über das Feld Werkzeuge und die Funktion Werkzeugausliste auswählen die Anzeige der Werkzeuginfo aktiviert werden. Sobald dies geschehen ist, wird der Hinweis des jeweiligen Werkzeuges entsprechend im Feld angezeigt und kann so die Werkzeugauswahl stützen.